... auch wieder im Rennen und könnte damit einer möglichen Zusammenhang ablaufen. Im Sommer 2015 fällt das BIOC die Entscheidung, im November nächsten Jahres müssen aber schon die Absichtserklärungen der Bewerber abgegeben werden. Das Progütze der Ski-Weltkauf wollte eine neue Empfehlung als ganz prima, dass die Arzina-Rennläuferinnen im Riesenzahlung eine sportliche Herausforderung zu machen. Das war der Ursprung des Sonntags seit Jahren für die deutschen Skifahrer. Das Vitoria Lebensburg beim Riesenzahlung in Sankt Moritz als Zweite wieder einmal in der Weltspitze, vor allem die dabei waren, das war nicht so richtig. Aber dass der junge Stefan Lütz das vollster lang im Alkohol beim Riesenzahlung und bei Sankt Moritz als Zweite in der Weltspitze fährt, das war nicht so richtig.